Zur Sommersonnenwende reisen wir nach Wassen am Gotthard ans Ufer der Reuss. Zunächst reinigen wir den Platz und legen dann ein Mini-Mandala. Mit 27 Rosen schmücken wir jeden Schlüssel des Friedens in jede Himmelsrichtung, insgesamt 108 Rosen. Dann zünden wir Kerzen an und widmen Blüten, Vater, Mutter, Kind und Ahnen. Mit 36 Edelstein-Lowihard-Schüsseln erweitern wir das Mini-Mandala und anschließend schenken wir der Reuss Blüten, Lowihard-Steine und unsere Freude, Liebe, Licht, Kraft für Frieden auf Erden durch inneren Frieden. Vom Regen durchnässt und gesegnet, wir können es kaum erwarten, das Mandala im Glanz des Lichts in der Nacht erstrahlen zu sehen. Und Evelyn, die Hüterin, macht es möglich. Auch am Morgen früh ist sie dort und verstärkt die Intensität unserer liebevollen Absicht für die Erde, für die Welt. Wir haben hier eine Eiche gepflanzt. Vollmond in Weiß Vollmond in Weiß erleben wir am Giersbachfall in Wedenswil mit 13 Teilnehmerinnen, die ihre Gaben mitgebracht und in großer Sorgfalt ausgelegt haben. Wir starten mit dem Mini-Mandala, schmücken es sofort mit Blüten- und Kerzenlichtern und erweitern es zum großen Mandala in dieser intensiven Umgebung. Der Wasserfall ist laut, der Regen durchnässt uns bis auf die Haut, doch das Lächeln bleibt bis zum Schluss auf den Gesichtern. In Stille wird gearbeitet mit dem Mantra »Frieden auf Erden durch inneren Frieden«. »Jeder schmückt einen Schlüssel des Friedens ganz individuell mit Blüten für Vater, Mutter, Kind und Ahnen.« In großer Achtsamkeit und Freude, mit tiefem Frieden, verabschieden wir uns an diesem Abend in die Vollmondnacht. »Frieden auf Erden durchführt werden, Untertitelung des ZDF, 2020